Die Tele-Akademie ist heute bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung in München. Lord Rees of Ludlow ist Professor für Kosmologie und Astrophysik in Cambridge, königlicher Astronom, Master des Trinity College und seit 2005 Präsident der Royal Society. Er ist einer der weltweit führenden Astrophysiker und wurde mit zahlreichen bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Lord Rees of Ludlow spricht zum Thema From Big Bang to Biosphären and Beyond, vom Urknall zu Biosphären und darüber hinaus. Ich werde versuchen, Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben und dabei betonen, dass die Kosmologie im Grunde zweierlei ist. Sie ist eine Grundlagenwissenschaft, aber sie ist auch die bedeutendste Umweltwissenschaft. Und das ist sie schon immer gewesen. Denn der Nachthimmel ist seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ein beständiges Merkmal unserer Umwelt. Jeder Mensch hat staunend zum Nachthimmel aufgeblickt und jeder hat ihn in seiner Weise interpretiert. Er ist also von jeher ein fester Teil der menschlichen Umwelt. Wir interpretieren ihn heute auf eine differenziertere Weise. Aber er ist ein Phänomen, das Menschen sämtlicher Nationen und religiösen Überzeugungen aus unmittelbarer eigener Anschauung kennen. Ich werde mit einem Zitat von Darwin beginnen. Sein bedeutendes Werk, die Entstehung der Arten, schließt mit den berühmten Worten, während dieser Planet, gemäß dem unveränderlichen Gravitationsgesetz seine Bahnen zog, sind aus ganz einfachen Anfängen die wundervollsten Lebensformen entstanden und entstehen weiterhin. Darwins einfacher Ausgangspunkt, die junge Erde mit ihrer komplexen Chemie und Geologie, die sich auf ihrer Umlaufbahn bewegt, ist selbst bereits ein recht kompliziertes System. Astronomen blicken noch weiter in die Vergangenheit zurück und versuchen, unser gesamtes Sonnensystem in einen umfassenderen zeitlichen und räumlichen Rahmen zu stellen. Wir verstehen in groben Zügen, wie vor 14 Milliarden Jahren in einem geheimnisvollen, Genesis-ähnlichen Ereignis Atome, Sterne und Planeten entstanden sind. Ich möchte heute einige der Herausforderungen skizzieren, die sich den Astronomen in den nächsten Jahrzehnten stellen. So wie Sterne, Planeten und Galaxien eine Entstehungsgeschichte haben, wissen wir auch, dass auf einem Planeten, der Erde, Leben entstanden ist. Die Darwin'sche Selektion brachte schließlich auch Lebewesen hervor, die in der Lage sind, über ihren Ursprung, über Wunder und Geheimnisse nachzudenken. Ich möchte besonders auf diese Frage eingehen, da Darwin selbst fasziniert war von der Frage, wie Leben entstanden ist. Und noch mehr von der Möglichkeit, dass wir auf anderen Planeten Leben entdecken. Ich werde Spekulationen darüber anstellen, welche neuen Erkenntnisse wir in den kommenden Jahrzehnten gewinnen werden. Ich besitze allerdings keine hellseherischen Kräfte. Ich bin kein Astrologe und kann keine Horoskope erstellen. Aber auf diesem Bild sehen Sie jemanden, der in vielerlei Hinsicht ein Hellseher war. Und viele werden ihn erkennen. Es ist Arthur C. Clarke, der große Science-Fiction-Schriftsteller, der in Sri Lanka lebte und 2007 mit 90 Jahren starb. Clarke sagte, sein größter Wunsch sei es, noch die Entdeckung von außerirdischem Leben zu erleben. Leider war ihm dies nicht vergönnt. Aber er lebte lange genug, um den Vorstoß des Menschen ins Weltall mitzuerleben. Er war selbstverständlich nicht der Erste, der über Weltraumreisen nachdachte. Unter seinen Vorläufern war der große Isaac Newton, der berühmteste Absolvent meines Colleges, des Trinity Colleges in Cambridge. Im Vergleich zu Darwin war Newton allerdings eine wenig anziehende Persönlichkeit. Einzelgängerisch und zwanghaft in seiner Jugend, eitel und rachsüchtig im Alter. Aber Newton war natürlich ein einzigartiges Genie. Er berechnete, dass eine Kanonenkugel, um auf eine Umlaufbahn zu gelangen, mit einer Geschwindigkeit von 25.000 Metern pro Sekunde fliegen müsste, was weit jenseits der Leistungsfähigkeit der Feuerwachen seiner Zeit lag. Und wie wir alle wissen, war der 1957 gestartete Sputnik das erste Objekt von Menschenhand, das diese Bahngeschwindigkeit erreichte. Und wie wir alle wissen, schritt die Entwicklung dann sehr schnell voran. Und im nächsten Jahrzehnt wurde die bemannte Raumfahrt, die bis dahin nur auf Cornflicks, Tüten und den Science-Fiction-Romanen dargestellt worden, war Wirklichkeit. Und Menschen landeten auf dem Mond. Seit Apollo haben Hunderte von Astronauten die Erde auf niedrigen Umlaufbahnen umkreist. Viele davon in der internationalen Raumstation. Aber keiner ist tiefer ins Weltall vorgestoßen. Der Wettlauf zum Mond war ein Selbstzweck, angetrieben von der Rivalität zwischen den Supermächten. Aber in unserem Alltagsleben sind wir natürlich längst vom Weltall abhängig. GPS, Wettervorhersage, Kommunikation. Auch hat die Erkundung des Weltalls mit Hilfe von Robotern stark zugenommen. Unbemannte Raumsonden senden Bilder von anderen Planeten mit einzigartigen Landschaften zur Erde zurück. Als Wissenschaftler und unter dem Gesichtspunkt der praktischen Nutzanwendungen sehe ich wenig Sinn darin, Menschen ins All zu schicken. Aber als Mensch bin ich ein begeisterter Anhänger bemannter Missionen. Zum Mond, zum Mars und auch darüber hinaus. Zumindest auf lange Sicht als ein Abenteuer für ein paar Menschen. Die nächsten Menschen auf dem Mond werden möglicherweise Chinesen sein. Nur China scheint die Ressourcen, die dirigistische Regierung und die Bereitschaft zu besitzen, ein riskantes Unternehmen im Stil von Apollo zu Propagandazwecken durchzuführen. Ich glaube, dass zukünftige Expeditionen zum Mond und darüber hinaus, die von den USA und der EU finanziert werden, politisch und finanziell nur dann machbar sind, wenn es sich um kostengünstige, vielleicht privat finanzierte Projekte handelt, bei denen die Raumfahrer höhere Risiken eingehen müssen, als dies bei zivilen Astronauten der NASA oder der ESA der Fall wäre. Ich glaube, dass es sich bei zukünftigen bemannten Raumfahrtmissionen um hochriskante Projekte handeln wird, bei denen die Raumfahrer die hohen Risiken bewusst eingehen. Es gibt historische Vorbilder für solche Unternehmen, allerdings auf der Erde. Die Forschungsreisenden, die im 15. und 16. Jahrhundert von Europa aus aufbrachen, wurden hauptsächlich von Monarchen finanziert, um neue Territorien zu erobern. Einige, zum Beispiel die Entdeckungsfahrten von Captain Cook, finanziert von der Royal Society im 18. Jahrhundert, waren zumindest teilweise wissenschaftliche Unternehmungen. Und für einige, im Allgemeinen die verwegensten von allen, waren diese Fahrten in erster Linie eine Herausforderung und ein Abenteuer. Sie wurden von den gleichen Motiven beseelt, die heutzutage Testpiloten, Bergsteiger, Weltumsegler und so weiter antreiben, aus Abenteuerlichen, nicht aus irgendwelchen praktischen Gründen. Natürlich stellen sich hier Fragen der Umweltethik. Ist es beispielsweise moralisch zu rechtfertigen, wenn man auf dem Mars landet, um die dortigen Rohstoffe abzubauen, wie es beispielsweise geschah, als die Pioniere in den Westen der Vereinigten Staaten vorstießen? Sollten wir den Raumfahrern Samen gentechnisch veränderter Pflanzen mitgeben, damit sie diese dort anbauen? Oder sollte der rote Planet als ein unberührter Lebensraum wie die Antarktis erhalten bleiben? Die Antwort würde davon abhängen, was der ursprüngliche Zustand des Mars eigentlich ist. Wenn es bereits Leben auf dem Mars gäbe, insbesondere wenn die DNA der dortigen Lebensformen auf eine andere Entstehung als beim Leben auf der Erde hindeutete, dann würde man wohl weithin darauf drängen, den Mars möglichst frei von irdischen Kontaminierungen zu halten. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Erkundung des Weltalls gefährlich sein wird. Bedenken Sie, dass es nirgendwo in unserem Sonnensystem eine Umwelt gibt, die auch nur annähernd so marginal lebensfreundlich wäre wie die Antarktis oder die Spitze des Mount Everest. Es ist also absurd zu glauben, der Weltraum böte Chancen für eine massenhafte Auswanderung oder zur Flucht vor den Problemen der Erde. Wir müssen die Probleme der Erde, hier, auf der Erde lösen. So viel zu unseren Planeten. Blicken wir jetzt über die Grenzen unseres Sonnensystems hinaus. Wir wissen genug über Sterne, um sie zu verstehen. Wir können sogar die Entstehung von Sternen im Weltall verfolgen. Dies geschieht gerade im Adlernebel, etwa 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Hier sehen Sie eine Nahaufnahme. In diesem Nebel gibt es genug Staub und Gas, genügend Material, um hunderte von Sternen von der Größe unserer Sonne zu erzeugen. Dies sind Orte, wo wir die Entstehung von Sternen sehen. Aber wir sehen auch, wie Sterne erlöschen. Hier sehen Sie, wie unsere Sonne in 6 Milliarden Jahren aussehen wird, wenn sie erlischt und dabei ihre Außenschichten weggesprengt werden, sodass ein kleines, sehr dichtes Relikt übrig bleibt, ein sogenannter weißer Zwerg. Hier sehen Sie einen anderen Stern, der erlischt und dabei seine Außenschichten abstößt. Einige Sterne gehen in einer Explosion zugrunde. Dies hier ist ein sehr bekanntes Objekt, der Krebsnebel. Das sind die expandierenden Überreste einer Explosion, die chinesische Astronomen vor 1000 Jahren im Jahr 1054 n. Chr. beobachteten. Im Zentrum dieser Explosion befindet sich ein Relikt, ein sehr dichter Neutronenstern. Und wir sehen diese expandierenden Explosionstrümmer. Vielleicht denken Sie, Sternexplosionen wie diese hätten sich vor langer Zeit in großer Ferne ereignet und sie hätten keine Bedeutung für uns. Aber ohne diese Sternexplosionen würde es uns nicht geben. Das hängt damit zusammen, dass alle Elemente, aus denen unser Körper besteht, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, Phosphor und die anderen, nicht seit der Zeit des Urknalls vorhanden sind. Im Urknall wurden nur Wasserstoff und Helium gebildet. Alle anderen Elemente wurden im Innern von Sternen erzeugt. Tatsächlich beziehen Sterne ihren Brennstoff aus Kernfusionsprozessen. Ein Stern beginnt seine Lebenszeit also mit einfachen Elementen. Und er verschmilzt Wasserstoff und Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff, Silizium und allen anderen Elementen des Periodensystems. Anschließend werden diese Fusionsprodukte in den Weltraum geschleudert, wie es hier zu sehen ist, und daraus entsteht nun eine neue Generation von Sternen. Unsere Galaxie ist eine Art Ökosystem, in dem sich Sterne bilden, entwickeln und schließlich in Supernovae explodieren, bei denen sie die Materie, die sie zu den Elementen des Periodensystems weiterverarbeitet haben, wieder in den Weltraum zurückschleudern. Über die Lebensdauer einer Galaxie nimmt die Kontamination allmählich also zu. Jedes Atom in unseren Körpern wurde in diesen weit entfernten Sternen hergestellt, die vor langer Zeit explodierten. Jeder von uns hatte seinem Körper vermutlich Atome von Hunderten verschiedener Sterne aus der gesamten Milchstraße. Von Sternen, die mitunter Tausende von Lichtjahren von der Erde entfernt sind. Sie kamen zusammen und wir tragen eine Mischung davon in uns. Dies ist nicht bloß eine vage Theorie. Berechnungen über die Entwicklung von Sternen und über die Prozesse, die in ihnen ablaufen, helfen uns zu verstehen, wieso Kohlenstoff und Sauerstoff so weit verbreitet und Gold und Uran selten sind. Wir sind also buchstäblich die Asche längst erloschener Sterne. Oder, etwas weniger romantisch ausgedrückt, Wir sind der nukleare Abfall des Brennstoffs, der die Sterne zum Leuchten brachte. In dieser galaktischen Perspektive, wo wir Millionen von Sternen betrachten, stellt sich die Frage, wie einzigartig unsere Erde ist. Die meisten Astronomen gelangten in den letzten 50 Jahren zu der Überzeugung, dass Planeten in der Umgebung vieler Sterne häufig sind. Und der Grund dafür ist, dass wir glauben, dass unsere Sonne und unsere Planeten wie andere Sterne aus einer sich verdichtenden Gas- und Staubwolke entstanden sind, wie im Adlernebel, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wenn sich eine Gas-Staubwolke verdichtet und dabei auch nur ganz langsam rotiert, beschleunigt sich ihre Rotationsgeschwindigkeit in dem Maße, wie sie schrumpft. Ähnlich wie eine Ballerina, die ihre ausgestreckten Arme einzieht. Wenn ein Stern entsteht, muss sich die Gas-Staubwolke sehr stark verdichten, um von der interstellaren Materie Dichte zur Dichte eines Sterns zu gelangen. Er dreht sich also immer schneller und kann nicht die gesamte Materie in sich aufnehmen, sodass der Protostern eine rotierende Staubscheibe hinter sich zurücklässt. Und diese rotierende Staubscheibe verdichtet sich schließlich zu Gesteinsbrocken, aus denen Planeten entstehen. Wir glauben, dass unser Sonnensystem so entstanden ist. Und es handelt sich dabei um einen universellen Prozess, der immer abläuft, wenn sich ein Stern bildet. Seit den 1950er Jahren wurde daher angenommen, dass viele Sterne Planeten als Begleiter haben sollten, dass Planeten also nichts Ungewöhnliches sind. Die Raumsonde Kepler hat bereits Hinweise auf die Existenz einiger Planeten geliefert. Und innerhalb von ein oder zwei Jahren wird sie vermutlich erdartige Planeten aufspüren. Das heißt Planeten, die in etwa die gleiche Masse wie die Erde haben und ihren Stern in der gleichen Entfernung umlaufen wie die Erde, die Sonne. Und natürlich sind die besten Kandidaten für Leben jene erdähnlichen Planeten, die so weit von Zentralstern entfernt sind, dass Wasser auf ihnen weder kocht noch gefroren ist. In ein bis zwei Jahren werden wir über Daten verfügen, aus denen hervorgeht, wie viele Planeten diese Bedingungen erfüllen. Wir werden diese Befunde nicht früher haben, weil man, um sicher zu sein, dass es sich um einen erdähnlichen Planeten handelt, diese Helligkeitsabnahme dreimal messen muss, um sicher zu sein, dass dies tatsächlich regelmäßig geschieht. Aber natürlich würden wir gern nicht bloß die Schatten erdähnlicher Planeten beobachten, sondern die Planeten direkt. Aber das ist schwierig, das ist ein Zukunftsprojekt. Wir hoffen also, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, mit hinreichend großen Teleskopen vergleichbare Erkenntnisse über mögliche erdähnliche Planeten zu gewinnen. Dies ist eine Skizze eines europäischen, weltraumgestützten Projekts namens Darwin, das über diese Fähigkeiten verfügen würde. Eine andere Möglichkeit wäre ein sehr großes Teleskop am Boden. Dies ist der Entwurf eines solchen Teleskops, der von Astronomen der ESA stammt. Sie sehen zum Größenvergleich einen LKW unten links. Solche Fernrohre würden sowohl über die Empfindlichkeit als auch über die Bildschärfe verfügen, die notwendig sind, um erdähnliche Planeten aufzuspüren, wie Sterne von der Größe der Sonne umlaufen. Dies ist ein sehr aufregendes Projekt, das vielleicht innerhalb der nächsten 20 Jahre realisiert werden wird. Innerhalb von 20 Jahren werden wir also Planeten von der Größe der Erde entdecken. Aber gibt es dort auch Leben? Das werden wir nicht wissen. Ein Grund dafür ist, dass wir nicht wissen, wie Leben hier auf der Erde entstanden ist. Wir wissen selbstverständlich seit Darwin, wie sich aus einfachen Lebensformen unter der Einwirkung der natürlichen Selektion die wunderbare Biosphäre entwickelt hat, deren Teil wir sind. Aber der Beginn des Lebens ist für uns immer noch genauso rätselhaft wie für Darwin. Und wir wissen zu wenig über die Anfänge des Lebens, als dass wir aus theoretischen Gründen Aussagen über die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit von Leben machen könnten. Es könnte sein, dass es ein glücklicher Zufall ist, aber es könnte auch sein, dass es weit verbreitet ist. Also müssen wir warten, bis wir über bessere Theorien über die Entstehung von Leben auf der Erde verfügen, oder aber natürlich auf Belege für die Existenz von Leben auf anderen Planeten. Und das Ergebnis der Suche wird sich so tiefgreifend auf unsere Anschauungen über unsere Stellung in der Natur auswirken, wie es der Darwinismus in den letzten 150 Jahren getan hat. So viel zu einer der faszinierendsten Erkundungen unserer Galaxie, die wir in den kommenden Jahren durchführen werden, um Planeten im Umfeld anderer Sterne aufzuspüren. Wir rechnen mit Millionen von Planeten und nach Leben, vielleicht sogar intelligentem Leben, Ausschau zu halten. Jetzt werde ich mein Blickfeld erweitern und das Weltall als Ganzes betrachten. Wenn wir uns zwei Millionen Lichtjahre entfernen und zurückblicken könnten, was würden wir sehen? Dies ist Andromeda, die Galaxie, die der Milchstraße am nächsten liegt. Es ist eine Scheibe, hier in schräger Draufsicht zu sehen, mit etwa 100 Milliarden Sternen, die um einen zentralen Kern rotieren. Andromeda gleicht dem Milchstraßensystem. Die Sonne liegt weit außerhalb des Zentrums an einer Stelle, die etwa zwei Drittel des Scheibenradius entspricht. Im Zentrum unserer Galaxie befindet sich ein großes, schwarzes Loch. Dies ist also die nächstgelegene große Galaxie wie die Milchstraße. Und dies ist eine andere. Und wie Sie wissen, sind die Galaxien die vorherrschenden, großräumigen Strukturen des Universums. Wie können wir herausfinden, woraus sie bestehen und wie sie sich verhalten? Vielleicht halten Sie das für ein recht hoffnungsloses Unterfangen, da wir keine Experimente durchführen, sondern nur Beobachtungen anstellen können. Aber wir können Experimente in der virtuellen Welt unserer Computer durchführen. So können wir beispielsweise am Computer simulieren, was geschehen würde, wenn zwei Galaxien zusammenstoßen. Und hier ist ein Beispiel für eine solche Berechnung zweier zusammenstoßender Sternensysteme. Die Massenanziehung eines Sterns in einer Galaxie wirkt auf alle anderen Sterne. Und in diesem Fall endet der Zusammenprall mit der Verschmelzung der beiden Galaxien. Aber Sie können auch den Himmel betrachten und dann sehen Sie keine Galaxien wie die beiden, die ich Ihnen gezeigt habe, sondern zwei wie diese. Und Sie können folgern, was hier geschehen ist. Die beiden Galaxien sind sich gefährlich nahe gekommen. Die Massenanziehung des einen hat einen Spiralarm der anderen in die Länge gezogen. Und indem wir Orte am Himmel beobachten, wo die Natur experimentiert und Vergleiche mit virtuellen Experimenten am Computer anstellen, gewinnen wir neue Erkenntnisse über Galaxien, ihre Zusammensetzung und ihre Struktur. Obwohl wir also keine direkten Experimente durchführen können, haben wir eine Menge über Galaxien herausgefunden. Eine der wichtigsten Erkenntnisse über das Weltall verdanken wir Edwin Hubble, der in den 1930er Jahren entdeckte, dass sich die Galaxien mit wachsender Entfernung von der Erde immer schneller von dieser wegbewegen. Wir sind hier in der Mitte und die Länge der Pfeile gibt die Geschwindigkeit an. Mit wachsender Entfernung nimmt die Geschwindigkeit zu. Dies bedeutet allerdings nicht, dass wir uns in einer besonderen zentralen Lage befinden. Und um dies zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen dieses Bild zeigen. Angenommen, Sie würden auf einem der Gitterwürfel hier sitzen und alle Stäbe würden sich mit der gleichen Geschwindigkeit dehnen, dann hätte es den Anschein, als würden sich alle anderen Würfel von ihnen entfernen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die proportional wäre zur Anzahl der Zwischenglieder. Je weiter weg sie wären, umso schneller würden sie sich bewegen. Dies ist ein recht gutes Beispiel, um die sogenannte Expansion des Weltalls zu veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, alle Galaxienhaufen wären durch Stangen miteinander verbunden, und diese Stangen würden sich ausdehnen. Dann bewegen sich die Galaxien weiter voneinander weg. In dem Maße, wie sich die Stangen im Gitter verlängern, entfernen sich die Gitterwürfe voneinander. Dies ist also ein recht guter Vergleich, bis auf die Tatsache allerdings, dass die Galaxien nicht gitterförmig, sondern in Haufen angeordnet sind, aber die Haufen bewegen sich gemäß der Hubble-Beziehung auseinander. Ein Merkmal des Universums wird von dieser Metapher nicht angemessen wiedergegeben. Es wird besser von einem anderen Bild erfasst. Engel und Teufel von Escher. Wenn wir sehr tief ins Weltall hineinschauen, sehen wir Objekte, deren Licht sehr lange unterwegs ist, bis es die Erde erreicht. Je tiefer wir also ins Weltall hineinsehen, desto ferner in die Vergangenheit blicken wir. Wenn das Universum also expandiert, wenn sich die Stangen ausdehnen, dann sind die Stangen umso kürzer, die Objekte umso dichter beieinander, je tiefer wir ins Weltall blicken. Das, was wir tatsächlich sehen, wird von diesem Bild also besser simuliert. Je weiter man in die Ferne, zum äußeren Rand hinblickt, umso dichter zusammengepackt sind die Objekte. Hier sehen wir sehr, sehr tief ins Weltall hinein. Dies ist ein Bild, das mit einem großen Fernrohr aufgenommen wurde und einen sehr schmalen Ausschnitt des Himmels zeigt. So schmal, dass hunderte dieser Ausschnitte aneinander gesetzt werden müssten, um den Vollmond abzudecken. Mit einem kleinen Fernrohr würde man nur eine leere, schwarze Fläche sehen. Aber hier sieht man hunderte kleine, helle Flecken. Jeder dieser Flecken ist eine Galaxie. Viele davon entsprechen unserer Galaxie, der Milchstraße oder Andromeda. Aber aufgrund der immensen Entfernung wirken sie so klein und leuchtschwach. Einige sind so weit entfernt, dass die Lichtstrahlen dort vor etwa 10 Milliarden Jahren ausgesandt wurden, also lange vor der Entstehung der Erde. Sie sehen nicht aus wie heutige Galaxien. Sie enthalten viel mehr Gas, das sich noch nicht in Sterne verwandelt hat. Aber wenn man ihr Spektrum ansieht, erkennt man, dass sie weniger Kohlenstoff, Sauerstoff und Eisen enthalten. Das entspricht den Erwartungen, da weniger Zeit für die Synthese dieser Elemente zur Verfügung stand. Nehmen wir Andromeda. Wir können uns fragen, ob dort Astronomen vielleicht durch ein großes Fernrohr uns beobachten. Möglich. Aber auf diesen fernen Galaxien ist es mit Sicherheit nicht der Fall. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Lichtstrahlen ausgesandt wurden, war dort die Synthese noch nicht angelaufen, aus denen Planeten gebildet werden. Daher gibt es dort noch keine Planeten. Wir können sehr weit in die Vergangenheit zurückblicken, in eine Zeit, als das Weltall ein Zehntel seines gegenwärtigen Alters hatte. Aber wie ist es mit noch früheren Zeiten? Etwa mit der Zeit, als das Weltall noch so stark verdichtet war, dass es gar keine Galaxien geben konnte. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Schlussfolgerungen über den Zustand des Universums eine Sekunde nach dem Urknall so gut fundiert sind, wie die Aussagen, die ein Geologe über die Erdgeschichte macht. Wir haben diese Strahlung, wir haben Daten über die Produktion von Helium und Deuterium, die beim Urknall entstanden sind. Das heißt, wir haben Daten, mit denen wir den Zustand des Weltalls bis auf eine Sekunde nach dem Urknall sehr zuverlässig rekonstruieren können. Wir glauben also, dass alle Objekte im Weltall aus diesem sehr heißen und dichten Gas entstanden sind. Ist es da nicht verwunderlich, dass der Kosmos zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein so breites Spektrum an Temperaturen und Dichten aufweist, von hell leuchtenden Sternen bis zum schwarzen Nachthimmel? Es gibt ein berühmtes Gesetz, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wonach Ordnung allmählich in Unordnung übergeht, während hier scheinbar das Gegenteil geschieht. Am Anfang war das Weltall ungeordnet und im Laufe der Zeit entwickelte es eine Struktur. Dies scheint eines der grundlegenden physikalischen Gesetze zu verletzen, aber die Lösung für dieses scheinbare Paradoxon liegt in der Massenanziehungskraft, die unserer Intuition zuwiderläuft. Die Gravitation verstärkt Dichteunterschiede. Wenn man eine Region hat, die eine leicht überdurchschnittliche Dichte aufweist, dann bleibt diese Region in dem Maße, wie das Weltall expandiert, immer weiter zurück, weil sie ein Meer an Gravitation besitzt. Der Dichteunterschied nimmt zu. Ich zeige Ihnen noch eine weitere Simulation, die eine sphärische Region des Weltalls zeigt. Unten links ist die Zeit in Gigajahren angegeben. Sie sehen, wie sich die Struktur mit der Expansion des Weltalls ausbildet und die Dichteunterschiede zunehmen. Nach 13,5 Milliarden Jahren entsprechen die Strukturen weitgehend dem heutigen Zustand. Was die Hypothese, dass sich die Strukturen im expandierenden Weltall unter der Einwirkung der Gravitation bildeten, besonders plausibel macht, ist die Tatsache, dass wir nicht nur die heutige Ordnung im Weltall, Verteilung der Galaxienhaufen, beobachten können, sondern auch rekonstruieren können, wie gleichförmig das Weltall zu einem früheren Zeitpunkt strukturiert war. Und hier stammen die zuverlässigsten Hinweise von der Hintergrundstrahlung beziehungsweise ihrer exakten Messung im Raum. Und dies hat der Satellit WMAP vor ein paar Jahren getan. Sie zeigt, dass die Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Himmelsbereichen nicht null sind. Einige Regionen sind etwas heißer und dichter als der Durchschnitt. Durch das Messen der Ungleichförmigkeit des Weltalls kann man nachweisen, dass diese Dichteschwankungen genau die richtige Amplitude besitzen, um daraus im Lauf der Zeit die heutigen Strukturen zu entwickeln. Wir haben also gute Belege dafür, dass unser Weltall zu Beginn recht gleichförmig gewesen sein muss. Nach dieser allgemeinen Feststellung, dass unser Weltall zu Beginn heiß, dicht und weitgehend gleichförmig gewesen ist, möchten wir die Prozesse auch im Einzelnen verstehen. Wir können verschiedene Schlüsselphasen unterscheiden. Die ersten Teilchen, Protonen und Neutronen, die ersten Sterne und Galaxien, die Synthese der Elemente des Periodensystems in den Sternen, die Bildung von Planeten in der Umgebung von Sternen und dann, zumindest auf einem Planeten, die Entstehung einer Biosphäre. Was sind nun die Schlüsselmerkmale unseres Weltalls? Die wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass ich im Weltall diese Abfolge von Ereignissen zutragen konnte, die von einfachen Atomen zu Sternen, Planeten und zum Menschen führte. Ich werde Ihnen eine Liste vorstellen, aber von zentraler Bedeutung ist die Gravitation, die dichte Unterschiede verstärkt. Wenn es keine Massenanziehung gäbe, hätte das Weltall seine ursprüngliche gleichförmige Beschaffenheit behalten. Aber schon eine schwache Gravitation genügt, denn die Massenanziehung spielt auf der Ebene individueller Atome keine Rolle. Ein Chemiker braucht sich keine Gedanken über die Massenanziehung zwischen den Atomen in einem Molekül zu machen. Die Massenanziehung spielt nur auf der Größenordnung von Planeten und Sternen eine Rolle. Und der Grund dafür ist, dass die Massenanziehung auf kleinen Größenordnungen eine schwache Kraft ist, aber im großräumlichen Maßstab immer die Oberhand hat. Die zweite Voraussetzung ist, dass das Weltall nicht immer im thermodynamischen Gleichgewicht bleiben darf. Angenommen, unser Weltall hätte sich ein wenig ausgedehnt, wäre dann wieder in sich zusammengestürzt, dann wäre nichts passiert. Es hätten sich nicht jene Temperaturunterschiede entwickeln können, die für die Entstehung von Leben erforderlich sind. Wir brauchen also Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht. Wir brauchen auch mehr Materie als Antimaterie, eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Denn wenn das Weltall gleich viel Materie und Antimaterie enthielte, würde sich diese in dem Maße, wie das Weltall expandierte und abkühlte, gegenseitig vernichten und dabei Strahlung erzeugen, dann hätten wir ein Universum voller Strahlung, aber ohne Materie. Außerdem brauchen wir das, was ich eine nicht-triviale Chemie nennen möchte. Wir brauchen eine gewisse Abstimmung zwischen zwei anderen fundamentalen Naturkräften, der elektromagnetischen Wechselwirkung, die Protonen auseinander treibt und der Kernkraft, die sie zusammenhält. Und das Gleichgewicht zwischen beiden determiniert die Eigenschaften der Atomkerne sämtlicher Elemente des Periodensystems. Und natürlich mussten sich Sterne bilden, mindestens ein Stern und vermutlich auch einige Sterne der zweiten Generation. Denn die Sterne der ersten Generation produzierten zunächst nur Wasserstoff und Helium und dann die übrigen Elemente. Und dann mussten auch Sterne der zweiten Generation entstehen. Schließlich bedarf es auch einer abgestimmten kosmischen Expansionsgeschwindigkeit. Das Weltall darf nicht so schnell expandieren, dass der Einfluss der Gravitation aufgehoben wird und nicht so langsam, dass es zu schnell in sich zusammenstürzt. Dies also sind die Voraussetzungen für die Entstehung eines komplexen Kosmos. Und wir müssen ehrlicherweise wohl zugeben, dass wir keine davon voll und ganz verstehen. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt wären, gäbe es uns nicht. Aber wir wissen zu wenig über die grundlegenden physikalischen Prozesse, um diese Eigenschaften zu verstehen. Das ist nicht alles. Ich habe über die Folgen des Urknalls gesprochen. Einige Wissenschaftler vermuten nun, dass sich weitere Urknalle ereignet haben könnten, deren Folgen wir nicht direkt beobachten können. Eine Idee ist die von BrainWorlds. Dem können wir Ameisen nehmen, die auf einem Blatt Papier krabbeln, das ihre zweidimensionale Welt ist und die möglicherweise nichts von einem anderen Ameisenvolk auf einem anderen Blatt Papier wissen. In ähnlicher Weise könnte sich ganz in unserer Nähe ein anderes Universum befinden. Aber wenn dieses Vier Dimensionen besäße und wir in unseren Dreien eingeschlossen sind, dann würden wir nichts davon bemerken. Das ist also eine der Ideen, dass es mehr als einen Urknall gegeben haben könnte. Und das ist eine andere Idee, die sogenannte ewige Inflation, wonach sich das Universum immer weiter ausdehnt und Urknalle darin auf eine komplizierte Weise entstehen. All diese Ideen basieren auf einer wohldefinierten Physik. Aber wir wissen noch nicht, welches die richtigen physikalischen Gesetze sind. Einige physikalische Gesetze sagen die Brain Worlds vorher, andere sagen die ewige Inflation Wie plausibel sind diese Konzepte? Sie sind es nur dann, wenn sie auf einer Theorie basierten, die wir in anderer Weise überprüfen könnten. Wir müssen nicht alle Konsequenzen dieser Konzepte beobachten, aber wenigstens einige davon. Wir können nicht das Innere eines Schwarzen Lochs beobachten, aber wir glauben, das, was Einsteins Relativitätstheorie über das Innere von Schwarzen Löchern sagt. Wenn ich ein Logo für meine Forschungsgruppe bräuchte, dann würde ich mich für einen Uroboros entscheiden, der die enge wechselseitige Verbundenheit zwischen der Mikrowelt und dem Kosmos veranschaulicht, im inneren Raum der Atome und dem Weltraum und die Verbindungen zwischen groß und klein. Unsere Erfahrungswelt wird von Atomen determiniert. Die Natur der Sterne wird von den Kernen in diesen Atomen determiniert. Galaxien werden von Schwärmen subaptomarer Teilchen zusammengehalten. Die linke Welt ist das Reich des Quantts und auf der rechten Seite herrscht die einsteinsche Theorie vor. Die Relativitäts- und die Quantentheorie sind die beiden Eckpfeile der Physik des 20. Jahrhunderts. Aber sie wurden noch nicht in einer vereinheitlichten Theorie zusammengeführt, einer allumfassenden Theorie der Natur. In den meisten Situationen spielt es keine Rolle, dass wir diese Theorie nicht haben, denn ein Chemiker kann zum Beispiel die Schwerkraft vernachlässigen. Zwischen einzelnen Atomen spielt die Massenanziehung keine Rolle. Ein Astronom wiederum, der sich für die Umlaufbahnen von Planeten und Sternen interessiert, muss sich keine Gedanken über die quantenphysikalische Unschärfe machen, denn diese ist bei der Umlaufbahn eines Planeten viel zu gering. Aber ganz oben, als das Universum sozusagen auf die Größe eines Atoms zusammengepresst war, muss man die Gravitation und die Quantenprozesse gleichzeitig berücksichtigen. Die Frage, wieso es zum Urknall kam und was genau im Urknall geschah, werden wir also erst dann beantworten können, wenn wir eine einheitliche Theorie besetzen. Hier auf dem Bild sehen Sie neben dem Großen und Kleinen noch einen dritten Grenzbereich unseres Wissens, das Hochkomplexe. Das komplexeste Phänomen, das wir kennen, sind wir selbst. Und wir stehen auf einer logarithmischen Skala genau in der Mitte, zwischen Atomen und Sternen. Im Vergleich zu Atomen groß genug, um einen komplexen, schichtförmigen Aufbau zu besitzen, aber nicht so groß, dass uns die Schwerkraft zerschmettern würde. Wir stehen genau in der Mitte. Der geometrische Mittelwert zwischen der Masse des Protons und der Masse der Sonne beträgt 50 Kilogramm, entspricht also mehr oder minder dem Gewicht der hier anwesenden Personen. Diese im Mittelbereich liegenden Größenordnungen sind die komplexesten und stellen die größte Herausforderung für die Wissenschaft dar. Die meisten Wissenschaftler werden in ihrer Forschungsarbeit nicht durch die Tatsache behindert, dass es keine einheitliche Theorie der Gravitation und der Quantenphänomene gibt. Nur für die Kosmologen stellt dies ein Problem dar. Aber was die Wissenschaftler aufhält, ist die Komplexität. Selbst ein Insekt ist schwerer zu verstehen als ein Stern, denn ein Insekt ist Schicht für Schicht hochkomplex aufgebaut, wohingegen innerhalb eines Sterns alles nur heiß ist. Zum Abschluss möchte ich auf die Frage eingehen, ob Astronomen, der Naturwissenschaft und der Philosophie eine bestimmte Perspektive anbieten können. Wie gezeigt, können sie unseren Planeten in einen umfassenden kosmischen Kontext stellen. Sie können uns nicht sagen, ob es im Universum von Leben wimmelt oder ob wir im Universum allein sind, ob wir nur eine von vielen kosmischen Intelligenzformen sind. Aber was die Kosmologen sagen können und was vielleicht nicht Teil der allgemeinen Kultur ist, die Zukunft ist genauso ausgedehnt wie die Vergangenheit. Und mit diesem Gedanken möchte ich meinen Vortrag beschließen. Die enorme Zeitspanne der evolutionären Vergangenheit ist heute kulturelles Gemeingut. Unsere heutige Biosphäre ist das Ergebnis einer vier Milliarden Jahre währenden Evolution. Aber die meisten Menschen glauben aus irgendeinem Grund noch immer, wir Menschen wären die Krone der Evolution. Astronomen können das kaum glauben. Wir wissen genug über die Sonne, um mit Sicherheit sagen zu können, dass sie noch die Hälfte ihres Lebens vor sich hat. In sechs Milliarden Jahren wird sie die anderen Planeten verschlingen und jegliches Leben auf der Erde auslöschen. Die Sonne hat also noch eine lange Zeit vor sich. Und das gleiche gilt für das Universum, das vielleicht in Ewigkeit expandieren wird. Und um Woody Allen zu zitieren, die Ewigkeit dauert sehr lange, insbesondere wenn es aufs Ende zugeht. Falls ein intelligentes Lebewesen den Tod der Sonne in sechs Milliarden Jahren miterleben sollte, wird es mit Sicherheit kein Mensch sein. Vielmehr wird es sich so stark vom Menschen unterscheiden, wie wir uns von einer Wanze unterscheiden. Denn die Zeitspanne bis zum Verlöschen der Sonne entspricht der Zeit, die es dauerte, bis sich der Mensch aus den einfachsten Urformen des Lebens entwickelte. Die posthumane Evolution hier auf der Erde und darüber hinaus könnte so sein wie die Darwin'sche Evolution, die uns hervorgebracht hat, und vielleicht noch wunderbarer. Darwin selbst erkannte dies, dass keine heutige Lebensform bis in die ferne Zukunft überleben würde. Aber kommen wir wieder zurück auf das Hier und Heute. Wir alle kennen Aufnahmen unseres Planeten aus dem Weltraum. Die empfindliche Biosphäre der Erde im Gegensatz zur sterilen Landschaft des Mondes, auf dem die Astronauten ihre Fußabdrücke hinterließen. Aber nehmen wir an, Außerirdische hätten unseren Planeten seit seiner Entstehung beobachtet. Was hätten sie gesehen? Im Verlauf von viereinhalb Milliarden Jahren hätte sich das Aussehen der Erde nur langsam verändert. Die Kontinente verschoben sich, Eiskappen kamen und gingen, erfolgreiche Arten entstanden, entwickelten sich weiter und starben wieder aus. Aber dann, in einer sehr kurzen Phase der Erdgeschichte, innerhalb von ein paar tausend Jahren, beschleunigte sich das Tempo in dem Maße, wie die menschliche Bevölkerung wuchs und einen immer stärkeren Einfluss ausübte. Hinzu kommen noch andere, noch abruptere Veränderungen. Innerhalb von 50 Jahren, etwas mehr als einem Hundertmillionstel des Alters der Erde, stieg der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre immer schneller. Der Planet wurde zu einem großen Emittenten von Radiowellen, die gesamte Leistung von allen Fernsehern, Handys und anderen technischen Geräten. Und etwas historisch Beispielloses geschah. Kleine Geschosse, die vom Planeten gestartet wurden, ließen die Biosphäre gänzlich hinter sich. Einige traten in Umlaufbahnen um die Erde ein. Einige flogen zum Mond und darüber hinaus. Wenn die Außerirdischen etwas von Physik verstünden, könnten sie vorhersagen, dass die Biosphäre in einigen Milliarden Jahren dem Untergang geweiht wäre, wenn die Sonne zunächst auflodert und dann erlischt. Sie könnten dieses beispiellose, aber außer Kontrolle geratene Fieber zu einem Zeitpunkt vorhersagen, an dem die Erde noch nicht einmal die Hälfte ihrer Lebenszeit hinter sich gebracht hätte. Aber in dieser sich über Jahrmilliarden erstreckenden Zeitachse mag dieses Jahrhundert ein entscheidender Moment sein. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Erde, in dem eine Spezies, der Mensch, die Zukunft der Erde in der Hand hat und die gigantischen zukünftigen Möglichkeiten des Lebens auf der Erde gefährden könnte. Dieser hellblaue Planet im Kosmos ist ein besonderer Ort und wir tragen in einer entscheidenden Epoche Verantwortung für ihn. Und das ist eine Botschaft für jeden von uns. Die Teleakademie war heute bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung in München. Es sprach Lord Rees of Ludlow zum Thema From Big Bang to Biospheres and Beyond, vom Urknall zu Biosphären und darüber hinaus.